Juden? Geflohen. Verboten? Achtung! Verhältnige Schulden während der Stube 12. Bist er mit zwei Mann belegt, einen davon krank! Rüder! Und woher weiß ich, dass du kein Spitzel bist? Und woher weiß ich, dass du keiner bist? Ist er in der Partei? Er hält sich raus. Das ist eben die Frage, ob man sich raushalten kann. Die weiße Rose. Sagt dir das was? Und was soll das sein? Das ist so eine Organisation, die bringt jetzt regelmäßig Flugbetter raus. Ich muss was tun, also lass mich zufrieden. Wenn du's jetzt schon mal rausgefunden hast, dann weißt du's jetzt und damit das gut sein. Hans, ich will mitmachen. Nur in einem Bruchteil an meiner Handlungen tue ich das, was ich für richtig halte. Das lernt mich oft, aber das hier, das hier halte ich für richtig. Wenn wir immer nur die Folgen bedenken, kommen wir nicht zum Handeln. Ich will mitmachen. Und sie werden wirklich zu einer Freie hinausgefließen. Und sie sind wirklich dabei. Ich frage mich, ob man da nicht etwas tun muss. Aber wir doch nicht. Doch. Denn wenn jeder wartet, dass der andere anfängt, dann wird es nie was. Wenn wir uns alle zusammenschließen, dann... Widerstand besteht darin, sich nicht erwischen zu lassen. Widerstand besteht darin, sich nicht erwischen. Widerstand besteht darin. Widerstand besteht darin. Widerstand besteht darin.